Ja, heute geht es um den Blattschutz. Ich habe hier einen Preisvergleichsrechner. Hier sind Felder für die Eingaben entsprechend. Hier sind Formeln enthalten. Hier ist noch eine Wenn-Formel. Und ich habe in Excel ja die Möglichkeit, unter Überprüfen, Blattschützen zu sagen, hier dürfen keinerlei Eingaben mehr gemacht werden. So, jetzt müssen wir es schaffen. Ich hebe den Blattschutz mal wieder auf. Dass man nur in diesem Bereich hier eine Eingabe machen darf. Ich gehe hier mal mit einem Rechtsklick drauf, Zellen formatieren. Und dann haben wir hier einen Bereich Schutz. Hier ist ein Häkchen gesetzt, gesperrt. Das ist natürlich nur aktiv, sobald das Blatt geschützt wird. Das heißt, wenn der Bereich hier markiert wird, nehme ich das Häkchen hier raus, sage OK. Und dann sage ich Blattschützen. So, jetzt kann ich also hier in dem Bereich wieder versuchen, Eingaben zu machen. Und es gelingt mir nur, in diesem Bereich hier entsprechende Eingaben zu setzen. Was ich jetzt allerdings noch machen kann, ist, mit dem Cursor entsprechend rumzufahren und zu schauen, was habe ich denn hier für Formeln drin. Ich kann sie zwar nicht verändern, aber dagegen können wir auch noch was machen. Wir können jetzt praktisch hergehen. Den Bereich wählen wir nicht aus. Den restlichen schon. Rechtsklick. Halt, wir müssen den Blattschutz natürlich aufheben, sonst geht es natürlich nicht. Also Zellen formatieren. Und hier in dem Bereich tun wir noch ein Häkchen rein. Ausgeblendet. Sagen OK. Dann tun wir das Blatt wieder schützen. Und wir wählen noch aus, gesperrte Zellen auswählen. Häkchen raus. Sagen OK. Und jetzt können wir nämlich mit den Pfeiltasten nur in dem Bereich und auch mit der Tabuliertaste nur in dem Bereich hingehen, wo wir noch Eingaben machen können. In den anderen Bereichen. Da komme ich nicht mehr hin. Selbst wenn ich jetzt hier eingebe B5, dann komme ich hier zwar drauf mit dem Cursor, aber ich sehe die Formel, die dahinter ist, die sich dahinter verbirgt, nicht mehr. OK.